Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir entscheiden am 25. November über die Selbstbestimmungsinitiative. Diese Initiative verlangt, dass sich unser Land in Zukunft über Verträge hinweg setzt, die wir mit anderen Staaten abgeschlossen haben. Und sie stellt die bilateralen Verträge, Freihandelsabkommen und sogar die Menschenrechtskonvention infrage. Dabei ist es doch so, bei allen wichtigen Verträgen, die wir mit anderen Ländern abschliessen, hat bei uns die Bevölkerung das letzte Wort. Wir entscheiden selber, mit wem wir uns vertraglich binden und wir tun das nur, wenn es auch unseren Interessen dient. Das ist unsere direkte Demokratie und wir sind stolz darauf. Verträge brechen und dauernd wieder in Frage stellen, das hingegen passt nicht zu unserem Land. Wenn die Bevölkerung einen Entscheid fällt, der mit einem internationalen Vertrag nicht ganz vereinbar ist, dann suchen wir eine Lösung. Aber wir setzen deswegen doch nicht gleich alles aufs Spiel, denn das schafft Unsicherheit. Und Unsicherheit ist das Letzte, was wir brauchen können. Denn wer investiert in einem Land, wo nicht einmal mehr klar ist, ob Verträge gelten oder nicht? Unklarheit und Unsicherheit, das ist Gift für die Arbeitsplätze in unserem Land. Und das ist Gift für unsere Beziehungen zu anderen Staaten. Die Schweiz ist ein erfolgreiches Land. Sie ist auch deshalb erfolgreich, weil wir international gut vernetzt sind und weil man weiss, die Schweiz ist ein verlässlicher Partner. In der Wirtschaft, aber auch wenn es um die Menschenrechte geht. Geben wir diesen Vorteil nicht auf. Behalten wir unsere direkte Demokratie, die gut funktioniert. Und verzichten wir auf ein gefährliches Experiment mit Vertragsbruch und dauernden Kündigungsdrohungen, wie das die Selbstbestimmungsinitiative will. Bundesrat, Parlament, die Kantone und zahlreiche Organisationen, wie das Rote Kreuz, Pro Senectute, aber auch Pro Juventute. Sie alle empfehlen Ihnen, geschätzte Schweizerinnen und Schweizer, ein Nein zur Selbstbestimmungsinitiative. Untertitelung des ZDF für funk, 2017